über das ding da wird schrott in das minenfahrzeug gefüllt wenn es denn da wäre das minenfahrzeug und wir haben auf jeden fall ein minenfahrzeug damit können wir theoretisch auch fahren schauen wir mal ob wir damals jetzt zu handel kommen in diesem neuen part let's play the ponya mit dem zwang und fürst da haben wir das minenbike dann wollen wir mal wie ein kätzchen mit asthma ein cooles explodierendes asthma kätzchen genau losfahren und ab geht's nice was für eine fahrt wo ich wo gelandet bin hey moment mal das sieht hier genauso aus wie der startpunkt nur dass ich in die andere richtung gucke sie müssen die strecke symmetrisch angeordnet haben oder aber ich bin im kreis gefahren wo sind wir gelandet wo sind wir gelandet wo sind wir gelandet lagabe wo nicht nachdem ich faszinierende etwas sein jetzt mache ich das Nicht nötig, das Ganze leuchtet mir auch so ein. Aha, mir aber nicht. Der Gleisarbeiter wollte offenbar nie wieder einen Fuß hier reinsetzen. Tja, da hätte er sich höher hängen müssen. Tja. An Umkehr ist nicht zu denken. An Umkehr ist nicht zu denken. Haben wir ja verstanden. Okay, wir haben hier einen Knopf. Wie können wir den drücken? Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so mild. Ohne Bowl kann ich hier eh nicht weg. Okay. Aussteigen, losfahren. Das Bike ist nicht schwer genug, aber Goal fehlt ja auch noch. Tja. Daran bringt das wohl erstmal nichts. Ein Hebel. Oh, ey. An die Signallampe. Alle Signale stehen auf Stopp. Als könnte mich das aufhalten. Können wir dann die Signallampe wechseln? Hier ist es hell genug. Hier ist es hell genug. Ich kann alles sehen. Hebel, Rangierhaus, großer, ruhig atmender Schatten im Tunnel. Alles. Aha. Ein Knopf. Oha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ui. Ganz groß. Großartig. Da können wir aber noch nicht das Bein reinstecken. Der tote Schaffner wird zum weichen Hebel. Welche Ironie. Au. Mist. Passt mir. Ah, schade. Wohl doch den Hebel. Den Hebel. Okay. Vielleicht zum Schotthaufen irgendwo. Ich dachte, du kriegst da einen kleinen Stock. Viadukt. Vielleicht hat der doch ein paar Tipps. Hallo. Was? Oh. Hallo. Hm. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Hm. Ähm. Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na. Da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja. Lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Äh. Danke. Ist sonst noch was? Ähm. Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Ähm. Äh. Ja. Das hatten wir schon. Das brauchen wir für die... Dingens. Für die Sturmumkehrer. Es ist noch weit zur unteren Aufstiegsstation. Nein, nein. Überhaupt nicht. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Astrain. Ich muss dann mal weiter. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Wir müssen irgendwie die Glähbirnen wechseln. Wartungsklappe. Der Kasten ist zugeschraubt. Als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel. Hm. Spiegel. Junge, Junge ist das Dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Solarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Bänden abprallen. Und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Au. Hier ist eine Wand. Ganz eindeutig. Nicht endlich. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Da hilft auch diese rote Funzel da nichts. Hm. Das ist eine Außenkurve. Okay, das hatten wir schon. Kommt mir bekannt zu. Das ist immer noch da. Hilf doch. Spiegel. Oh, okay. Können die Spiegel irgendwo anders aufhängen? Na, wer ist der Schönste im ganzen Land? Hm. Ich sollte ihn lieber irgendwo aufhängen, wo mehr Licht ist. Tja. Wer ist denn hier beim Skelett? Nicht fallen lassen, okay? Hm. Okay. Der Kasten ist zugeschaut. Könnte na even. Es muss der Sicherungskasten für den Signalmast sein. Tja. Signal Lampen Deckel. Ran damit. Passt nicht. Ich muss dafür an den Sicherungskasten. Hm. Autsch. Heiß. Autsch. Heiß. Ähm. Autsch. Heiß. Ähm. Autsch. Heiß. Ähm. Autsch. Heiß. Autsch. Autsch. Heiß. Okay. Ja. Alle Signale stehen auf Stopp. Als könnte mich das aufhalten. Wir haben immer noch eine Minen-Bike-Lampe. Okay. Und die können wir wirklich nicht dort einbauen. Autsch. Heiß. Und die können wir wirklich nicht dort einbauen. Autsch. Heiß. Und die können wir wirklich nicht dort einbauen. Autsch. Heiß. Tja. Sehr schade. Scherben bringen Glück. Aber ich brauch kein Glück. Ich habe Sachverstand. Nackleraufus. Nackler. Nackleraufus. So. Und wieder bin ich dem Geheimnis des seltsamen Schlüssels einen Schritt näher gekommen. Ein Schlüssel! Wofür brauchen wir denn hier einen Schlüssel? Können wir damit eventuell das Mine-Bike starten? Halt ich für recht unwahrscheinlich. Alles klar, Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Tja... Anzeiger... Können wir da vielleicht... Hm... Tja, scheinbar nicht. Schlüsselkasten. Abgeschlossen. Zudelkammer und Schlüssel. Abgeschlossen. Achtkant. War der Schlüssel genau dafür? Ach du Schander. Achtkantschlüssel. Ah, das können wir doch bestimmt als Hebel benutzen. Na warte mal kurz. So, hier runter. Aufhören. Er hat doch schon die Form eines Hebels. Hättest du den noch benutzen können. Zockkurve. Hm... Was machen wir jetzt mit einem 8-Kant-Schlüssel? Tja... Können wir vielleicht irgendwas am Kran machen? Ich meine, das bindet uns jetzt nicht wirklich weiter, aber... Man kann es ja mal versuchen. Na komm. Der ist bereits offen. Tja... Das Werkzeug ist immer nur so gut, wie die Hand, die es führt. Und dieses hier ist ziemlich nutzlos. Nee, Moment! Vielleicht können wir ja hier... Wow! Eine Lux 4000 Power Funzel! Was? Wer braucht so viel Licht? Hm... Scherben bringen Glück, aber ich brauch... Hm... Da können wir kein... Was? Oh oh! Nein, 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 nein! Puh! Das hier will ich offenbar nicht umkehren! Nicht nochmal! Hm... Der andere passt auch nicht! Was? Oh oh! Nein, 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 nein! Sehr schade! Das hier will ich offenbar nicht um... Nicht nochmal! Den Hebel können wir mitnehmen! Den Hebel können wir den mitnehmen? Immer noch nichts! Sehr schade! Sitz! Man soll keine Sachen auf die Heck abwürmen vor! Man soll kein Wür... Tja... Also erstmal nicht, oder was? Nach unten! Hier kommen wir wohl erstmal nicht weiter! Der Trichter da... Das würde uns auch nicht viel bringen! Hm... Achtkantschlüssel! Was sollen wir mit einem Achtkantschlüssel? Hm... Als Hebel kann man den nicht benutzen! Wie er dockt! Vielleicht können wir damit... Einen Wartungskasten... Sehr gut! Sicherung! Okay, wir haben eine Sicherung! Mhm... Den Umkehrer einbauen! Mal gucken! Wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze... Verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe! Haha! Exzellent! Mhm... Yan was man nicht nur... Ich trde mich zuerst! Ich trde mich! Ich trde mich! Ich trde mich! Ich trde mich... Ich trde mich! Wir haben uns ein... Gut! Wurzeln! Wir müssen unsией loswerden! Wir müssen uns sein!